Wir sind die Familie Kabazi und wir haben im Jahr 2010 die Firma MTN gegründet. Am Anfang habe ich mit meiner Frau alleine gearbeitet und jetzt seit ein paar Jahren wir schaffen mit vier Mitarbeitern. Das ist eine kleine Firma und wir montieren in erster Linie Klimaanlagen, Kuhlanlagen und Tiefkuhlanlagen für Privat- oder Firmen und betreuen auch diese Projekte. Wir installieren Kälte und Klimaanlagen für Geschäfte, zum Beispiel Lebensmittelmärkte, Fleischproduktion, Gemüsehandler und für Weingutkeller. Auch als Firma sind wir multikulturell, sowohl was die Mitarbeiter als auch unser Betätigungsfeld betrifft. Der Aufbau der Firma erforderte harte Arbeit, aber dadurch haben wir uns gut etabliert. Die Aufzeichnung der Handwerkskammer ist für uns von großer Bedeutung. Wir betrachten sie als Anerkennung für unsere Leistung in diesem Land. Das uns zur Heimat geworden ist. Das bedeutet, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Für die Zukunft erhoffen wir uns weiteres Wachstum, damit wir mehr Menschen einen guten und sicheren Arbeitsplatz bieten können. Für die Zukunft erhoffen wir uns weiteres Wachstum, damit wir mehr Menschen einen guten und sicheren Arbeitsplatz bieten können. Für die Zukunft erhoffen wir uns weiteres Wachstum, damit wir mehr Menschen einen guten und sicheren Arbeitsplatz bieten können. Für die Zukunft erhoffen wir uns weiteres Wachstum, damit wir mehr Menschen einen guten und sicheren Arbeitsplatz bieten können. Für die Zukunft erhoffen wir uns weiteres Wachstum, damit wir mehr Menschen einen guten und sicheren Arbeitsplatz bieten können.